moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen glitch zeigen und zwar könnt ihr hiermit perfekt die zombies peilen und somit auf kills und tarnungen gehen und dieser glitch ist wirklich sehr einfach am besten macht ihr das bei einer ernte oder über mittel mission weil dort spawnen ja die zombies unendlich solange ihr die mission nicht beendet und wenn ihr dann so eine mission habt dann müsst ihr nur noch eine tür finden die ihr öffnen und schließen können so wie hier öffnet die tür leute stellt euch so vor die tür und alle zombies die jetzt kommen werden werden vor euch stehen bleiben das heißt ihr könnt ihr easy kills fahren leute und tarnungen freischalten und wenn ihr das in höheren runden macht dann kommen natürlich noch schneller zombies und noch mehr zombies wo ihr das natürlich alles noch viel viel schneller machen könnt eins gibt es noch zu beachten und zwar wenn die zombies etwas länger nicht abschießt dann fangen die an euch abzuwerfen also tötet sie am besten innerhalb von paar sekunden wenn die stehen bleiben damit sie euch nicht abwerfen und ihr vielleicht dadurch nicht stirbt wenn ihr nicht aufpasst oder so so ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls du neu auf meinem kanal bist und nichts mehr verpassen willst und immer auf den aktuellsten stand bleiben willst kannst du ja gerne ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren dann viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao